Schauen wir uns in diesem Video einmal an, was Ebenenmasken sind und für was man diese verwenden kann. Als erstes möchte ich gerne irgendein Objekt erstellen, zum Beispiel solch einen Doppelstern. Dazu wähle ich entsprechend dieses Formwerkzeug aus, ziehe einen Doppelstern auf, zum Beispiel so, und werde diesen einfärben, beispielsweise mit einem solchen Rohton. Diese Form liegt jetzt in der Ebenenpalette auf einer eigenen Ebene und wird vollständig angezeigt. Und es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, Bereiche dieses Sterns auszublenden, das heißt transparent zu machen, beziehungsweise nur bestimmte Bereiche darzustellen. Es gibt zum Beispiel eine Vektormaske, das heißt ich verwende Formen, um Bereiche dieser Ebene darstellen zu lassen, oder ich verwende zum Beispiel eine Pixelmaske, um Bereiche ein- oder auszublenden. Das heißt, ich kann entweder hier in der Draw-Persona arbeiten oder in der sogenannten Pixel-Persona. Sagen wir einmal, ich möchte nur einen ganz bestimmten Bereich dieses Sterns darstellen lassen. So kann ich jetzt oberhalb dieser Ebene eine weitere Form erstellen, zum Beispiel eine Ellipse, ziehe entsprechend eine Ellipse auf, wenn ich dabei die Shift-Taste gedrückt halte und ziehe, kann ich entsprechend das Ganze auch als Kreis aufziehen, zum Beispiel so. Jetzt nehme ich diesen Kreis, platziere ihn ungefähr hier und werde jetzt sagen, okay, ich möchte von diesem Stern nur alles darstellen lassen, was sich innerhalb dieses Kreises befindet. So nehme ich diese Ebene und ziehe diese Ebene zwischen das Vorschaubild und den Namen der Ebene, die ich maskieren möchte. Das heißt, ich nehme diese Ebene, ziehe diese zwischen das Vorschaubild und den Namen, wir sehen diesen kleinen vertikalen blauen Balken, und ich lasse los. Auf diese Art und Weise habe ich jetzt eine Vektormaske erstellt und ganz egal, welche Farbe dieser Kreis zuvor hatte, dieser wird jetzt automatisch weiß. Und bei einer Maske verhält es sich so, alles, was bei einer Maske weiß dargestellt wird, wird von der jeweiligen Ebene dargestellt, alles, was schwarz ist auf einer Maske, wie hier zum Beispiel an den Rändern, wird entsprechend ausgeblendet. Und das Ergebnis sehen wir auf der linken Seite. Alles innerhalb dieses weißen Kreises wird von diesem Doppelstern dargestellt und alles hier in den schwarzen Bereichen wird ausgeblendet. Entsprechend haben wir jetzt hier zum Beispiel diese Spitzen von dem Stern abgeschnitten. Ich kann das Ganze natürlich nach wie vor bewegen, dazu wähle ich entsprechend diese Ebene aus und kann das Ganze so platzieren, wie ich gerne möchte. Wenn ich mit gedrückter Alt-Taste hier auf dieses Vorschau-Symbol einmal klicke, so können wir entsprechend wieder die Form begutachten, die wir hier als Maske verwenden. Wir sehen auch, dass dieser Kreis ursprünglich rot war, aber wie gesagt, wenn man eine solche Form bzw. einen Pfad als Maske verwendet, wird diese Form weiß als Maske verwendet. Die äußeren Bereiche sind bei dieser Maske also schwarz und dieser Kreis, wie hier zu sehen, automatisch weiß. Leider ist es zum aktuellen Zeitpunkt der Produktion dieses Videotrainings in Affinity Designer nicht möglich, das Ganze umzukehren, sodass zum Beispiel jetzt hier der Bereich dieses Kreises schwarz ist und die außenliegenden Bereiche weiß. Daher muss man aktuell leider mit diesen Einschränkungen leben. Mit einem Klick zum Beispiel auf die Doppelstern-Ebene sehen wir wieder das gesamte Bild, entsprechend unseren Stern mit abgeschnittenen Spitzen und es besteht jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, bei dieser Vektorebene die harten Kanten etwas weicher zu gestalten. Dazu wähle ich entsprechend diese Vektormaske aus, klicke hier unten im Ebenenbedienfeld auf FX, also auf die Ebeneneffekte und hier gibt es die Möglichkeit, auf dieses Vektorobjekt eine gaussische Unschärfe anzuwenden. Dazu aktiviere ich die gaussische Unschärfe, befinde mich auch in dieser Kategorie blau hinterlegt und auf der rechten Seite kann ich entsprechend einen Radius definieren. Diesen Regler bewege ich einmal komplett nach rechts und bestätige das Ganze mit Schließen und entsprechend sehen wir hier zum Beispiel einen weichen Transparenzverlauf. Nach wie vor könnte ich das Ganze natürlich bewegen, allerdings jetzt nicht mehr mit solchen harten abgeschnittenen Kanten, sondern mit einem schönen Transparenzverlauf an den Rändern. Ihr habt also gesehen, dass wir mithilfe einer Vektormaske Bereiche einer Ebene darstellen lassen können. Da aber eine Form automatisch weiß angewandt wird, haben wir nicht die Möglichkeit, ganz einfach zu sagen, dass ich von diesem Stern zum Beispiel hier die rechte Seite ausblenden lassen möchte. Ich kann lediglich mit einer solchen Vektorform Bereiche einblenden lassen. Es gibt allerdings einen Trick und zwar habt ihr in einem vorangegangenen Video zum Thema Ebenen-Mischmodi ja erfahren, dass es einen Ebenen-Mischmodus gibt, um Bereiche einer Ebene ausblenden zu lassen bzw. ein Loch durch diese Ebene zu stanzen und genau das können wir uns zunutze machen. Ich nehme jetzt wieder das Ellipse-Formwerkzeug, ziehe einen Kreis auf, zum Beispiel so groß, platziere ihn hier so auf der rechten Seite, beispielsweise hier, und jetzt möchte ich gerne diesen überlappenden Teil von diesem Stern ausblenden lassen. Ich möchte diesen Bereich nicht entfernen, das heißt destruktiv arbeiten, sondern das Ganze wie bei einer Maske nur ausblenden lassen. Dazu ziehe ich diese Ebene, zum Beispiel hier in diesen Doppelstern hinein. Ich achte darauf, dass dieser blaue Balken nach rechts versetzt ist und auf diese Art und Weise habe ich gewissermaßen eine Schnittmaske oder Unterebene generiert. Wenn ich die Farbe ändere, sehen wir es besser. Hier sehen wir zum Beispiel unseren Kreis. Ja, und jetzt muss ich einfach den Ebenenmodus dieser Ebene verändern und zwar von Normal hier unten auf Radieren. Auf diese Art und Weise habe ich jetzt ein Loch durch diese Ebene gestanzt, allerdings nicht auf unseren Hintergrund, da sich diese Ebene innerhalb dieses Doppelsterns befindet und das Loch nur bis zur untersten Ebene innerhalb dieses Doppelsterns gestanzt wird. Wenn wir uns das Ergebnis ansehen, sehen wir, auf diese Art und Weise habe ich jetzt den rechten Bereich dieses Sterns entfernt. Ich kann diese Ellipse nehmen, bewegen und auf diese Art und Weise nicht destruktiv arbeiten, wie bei einer Maske. Falls ihr in dem Video jetzt hier feine Konturen von dem Stern seht, das ist leider ein Darstellungsfehler von Affinity Designer. Wir sehen hier eine feine rote Linie. Wenn ich ins Bild hineinzoome, sehen wir diese nach wie vor gleich dünn. Das heißt, egal wie nah ich reinzoome, sehen wir nach wie vor eine dünne Linie. Diese ist allerdings nach dem Speichern oder beim Ausdrucken nicht zu sehen. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, auch hier diese harte Kontur aufzuweichen, und zwar wieder mit Hilfe eines Ebeneneffektes, genauso wie bei den Spitzen dieses Sterns. Das heißt, ich könnte diese Ellipse anklicken, begebe mich in die Ebeneneffekte und aktiviere wieder die gaussische Unschärfe. Achtet allerdings einmal darauf, was passiert, wenn ich diesen Regler jetzt nach rechts bewege. Der Radiereneffekt funktioniert nicht mehr. Das ist allerdings wahrscheinlich ein Fehler von Affinity Designer, denn wenn ich zum Beispiel diese Ebene wieder außerhalb dieses Doppelsterns ziehe, so funktioniert das Ganze. Wir sehen also, dass wir diese Ebene am Rand aufgeweicht haben und ein Loch durch diesen Ebenenmodus, durch alle Ebenen darunter durchgestanzt wird, in diesem Fall allerdings auch durch unseren Hintergrund. Verwende ich das alles allerdings als Unterebene bzw. hier als Schnittmaske, funktioniert das Ganze nicht mehr, solange ich hier einen Ebeneneffekt anwende. Das dürfte wahrscheinlich ein Fehler innerhalb von Affinity Designer sein. Gut, außerdem gibt es noch die Möglichkeit, eine Maske zu verwenden, und zwar eine Pixelmaske über die sogenannte Pixel-Persona. Dazu werde ich diese beiden Ebenen einmal ausblenden, befinde mich jetzt auf der Doppelstern-Ebene und begebe mich hier oben in die sogenannte Pixel-Persona. An der Ebenenpalette hat sich jetzt erst einmal nichts getan. Bei aktiver Doppelstern-Ebene klicke ich hier unten jetzt auf das Icon für eine neue Maskierungsebene und jetzt habe ich eine vollwertige Pixelmaske. Diese ist derzeit weiß, wie wir hier sehen, und weiß bedeutet bei einer Maske ja, dass derzeit alles von dieser Ebene dargestellt wird. Wenn ich jetzt mit Schwarz auf dieser Maske male, kann ich entsprechend Bereiche dieser Ebene ausblenden. Ich befinde mich also auf dieser Maske, wähle zum Beispiel in der Werkzeugleiste den Malpinsel und habe jetzt Schwarz als Farbe ausgewählt. In der Kontextleiste kann ich jetzt die Breite des Pinsels einstellen, die Deckkraft etc. und die Härte steht derzeit auf 0%. In der Vorschau sehen wir, wir haben jetzt einen sehr weichen Pinsel. Würde ich jetzt die Härte zum Beispiel auf 100% setzen, würden wir entsprechend hier einen sehr harten Pinsel sehen. Ich lasse das allerdings jetzt einfach mal auf ganz weich, befinde mich auf der weißen Maske und male jetzt mit Schwarz hier über den Rand des Sterns drüber, sodass wir ebenfalls wieder diese Spitzen ausblenden. Auf diese Art und Weise wurden jetzt diese Bereiche hier transparent bzw. teiltransparent. Wenn wir uns diese Maske jetzt einmal ansehen wollen, halten wir wieder die Alt-Taste gedrückt, klicken auf das Vorschaubild und hier sehen wir unsere aktuelle Maske. Alles, was weiß ist, wird von dieser Doppelstern-Ebene dargestellt und alles, was schwarz ist, wird entsprechend ausgeblendet. Und die Bereiche dazwischen bei diesen gräulichen Werten sind entsprechend Bereiche teiltransparent. Ich klicke wieder auf Doppelstern und sehe entsprechend unser aktuelles Dokument. Natürlich lassen sich diese verschiedenen Arten und Weisen zum Maskieren auch kombinieren. Bei dieser Pixelmaske müsst ihr allerdings im Hinterkopf behalten, dass wir hier mit Pixeln arbeiten. Das heißt, je nachdem, wie wir ein Bild vergrößern oder verkleinern, dürften dann entsprechend auch Pixel sichtbar sein. Wir arbeiten ja in der Pixel-Persona mit einem auf Pixeln basierten Werkzeug. Das heißt, hier müsst ihr genau wissen, was ihr tut. Ich kann diese Maske wieder löschen, indem ich diese zum Beispiel hier unten auf dem Papierkorb ziehe. Ich wechsle wieder zur Draw-Persona und entsprechend sehen wir hier wieder unseren Originalstern. 1. 3. 6.